Es ist echt ein geiles Rezept, ihr könnt damit ziemlich alles aufschlagen. Hallo Leute, was geht? Schön seid ihr wieder dabei für eine weitere Folge Insektenkochen bei Grounded. Mit mir und euch kreieren wir zusammen was geiles, leckeres aus Insekten. Viel Spass! Leute, was geht? Schön seid ihr wieder dabei heute bei diesem Klassiker zum Rezept. Ihr seht hier alle Zutaten, es sind relativ wenige und alle Angaben findet ihr wie gewohnt unten in der Infobox. Der Clou ist, wir machen das Ganze nicht mit Rahm, sondern wir kriegen es trotzdem luftig hin. Und zwar machen wir es mit Mehl. Da brauchen wir nur wenig Mehl und dann die Kokosmilch. Es ist echt ein geiles Rezept, ihr könnt damit ziemlich alles aufschlagen. Natürlich wird es nicht ganz so luftig, wie wenn ihr es mit Rahm macht. Bis zum nächsten Mal. Bäm, hier sind wir wieder und ich probiere für euch dieses geil aussehende Dessert. Also ihr seht, es hält sich, es läuft nicht runter, Konsistenz top. Man sieht schon fast die Löcher ein bisschen nach luftig, sieht es für mich aus. Und der Geschmack, die Orangenschale, Zeste ergänzt sich super zur Schokolade. Und die Kokosmilch ist jetzt nicht mehr so stark, aber sie ist sicher die gesündere Variante als mit Rahm. Von dem her, I love it!